So, weiter geht's mit A Week in Paradise, wie zum Game. Ich hoffe, ich habe den richtigen Speicherstand geladen. Wenn nicht, wäre das doof, denn dann könnte ich alles normal machen. Aber den anderen hatte ich nicht mehr und der Rest war noch in der... Ja, was war's? Das Krankenhaus, genau. Das Wort hat mir gestern auch schon gefehlt. Oh, Kühe! Du siehst nicht gut aus. Du auch nicht. Alle den Rinder, Wahnsinn. Hä? So. Okay, damit hätten wir jetzt neun Kühe. Bom, tot. Du hast keinen Schatz gegen mich. Ich schlitz dich auf. Setz mich auf dich drauf. Oh, das ist nicht so. Ich schlitz dich auf dich drauf. Hihi, zwölf Kühe werden erledigt. Und wir haben noch 81 Leben. Super, wie mir sowas mal auffällt, wenn es gerade nicht wichtig ist. Du wirst nicht mehr so sein, ich versuche. Ich sollte mal meine Boxen oder machen, ich verstehe gar nichts. Aber egal. Das hat euch nicht zu interessieren. Äh, gut. Die hab ich schon. Ja. Die hab ich schon. Da gut. Rüber. Okay, hier war ich wohl schon. Oh, was machst du da? Das macht Spaß. Soll ich dir auch mal was probieren? Mit dem Hammer? Hat gerade irgendjemand geschossen? Hat sich gerade so angehört? Egal. Ein altes Haus. Blut. Weg ist das Blut. Oh, hi, Kugel. Ich hab dich lieb. Hui. Huiuiui. Ich mag Kür. Mal sehen, wie kommen wir da rüber? Ich will die Kettensäge haben. Äh. Autsch. Kettensäge. Kettensäge. Okay, nein, halt nicht. Ihr seid alle relativ tot. Ich brauche lebende Kühe. Ich muss sie abschlachten, damit sie den Rinderwahnsinn nicht weiter ausbreiten. Hier, Kau. Ja, hier, Kau. Komm her, Kau. Kau, 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 Kau. Brenn das Küchen. Oh, ja, dich mag ich. Hallo. Oh. Du magst mich nicht. Du bist umgekippt. Du magst mich nicht. Du magst mich nicht. Mach ich mit all meinen Freunden, die mich nicht mögen. Bäh. So. Äh. Hier sieht es aus, als ob wir schon drin waren. Ja, sieht ziemlich so aus. Ah ja, Vegetable Kick meets Ass. So muss das sein. Obwohl, ich mag keine Vegetarier. Oh, eine Kuh. Äh, hoffentlich treffe ich nicht ihren Hintern. Was bist denn du für eine Superkuh? Ha, jetzt bist du nicht mehr so super, du Kuh. Äh, hier müssen irgendwo Tierschützer sein. Ähm. Noch nur so eine Superkuh. Die scheinen alle ziemlich wahnsinnig zu sein. Ähm. Greifen die mich an? Oh mein Gott. Diese Kühe. What? Was war denn das? Wen hab ich nicht getroffen? So, die hätten wir erledigt. Oh, wow, wow. Die haben fast kein Leben mehr, das ist nicht gut. Wir sind aber was zum Heilen dabei. Nein. Natürlich nicht. Oh, aber nur noch ein Leben und das ist nicht gut, so wie wir erfahren haben. Deswegen speichern wir jetzt mal das Spiel. Okay. So. Wir brauchen noch eine Kuh. Und eigentlich brauchen wir noch drei Kühe. Ach du Scheiße. Hä? Okay, das war nicht gut. Oh, aber... Hier, die will ich haben. So. Mal gucken, was steht hier. Ja, which I will kick me to this. Calls our people to... Make the... Lime... Make the Lime into an airport, so I can get out of here. Äh, was willst du? Today's the first day at the end of your lives. Dude hat coole Sprüche drauf. Ich mag ihn. Auch so als Person, wie er... Designed wurde. Alter. Äh, wie er designed wurde, finde ich ihn cool. So, wie diesen Bart und... Sowieso... Alben toll. So. So, guckt ihn euch an. Äh, der schlägt etwas Zeitverzöger als ein Spielgebild. Es ist ein Fake. Fake, 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 fake. Ey. Du bist ihm nicht tot. Äh, da, ey. Äh, super cool. So. Nicht mehr so super cool. Haha. Und jetzt noch die letzte, die hier irgendwo unterwegs war. Hier war doch noch eine, oder? Hab ich mich da verguckt? Nein, da ist noch eine. Super. Das hätten wir erledigt. Juhu. Ja. die in der er der Brüder und die sind okay wir sind dann aufgestiegen und haben diesen schönen Raketenwerfer bekommen und ausnutzen dort sind als auch schon da oder die der Sitz für die und schiebt bei der Stilberaar und wir haben die Komponente Wir haben kein Budget für Pigeon-Missionen! Die fucken, sind wir? Nein, die Kinder! Schau an die Kinder! Schau an die Qualität in diesem Video! Halt an, ich sag mal! Wer ist das? Geh auf der fucking Liste, du willst Geld auch! Du, fuck euch auch! Wie geil ist das denn? Okay... Ja... Die Mission wurde gestrichen... Ja... Okay... Die Mission wurde aus dem Verkaufsding gestrichen... Und sie war blutig... Oh mein Gott... Was ist das? Oh mein Gott, das ist Vince! Hey Mann, das ist Vince! Ich habe einen Job für dich! Das ist ein grossartige Inkompetenz, die wir von unserem Skumbag Publisher verbrechen haben. Das Problem ist, dass er unseren Gold-Master hat! Ja... Geh fucking get it! Now! Kein Problem, aber... Wie soll ich da rein kommen? Kein Problem, das hat alles geholfen. Er Mr pinch. Ein bisschenes schwer retrouver. Ganz discrepan! Seid.... Oh mein Gott. Oh mein Gott... Was haben wir verpasst? Ich bin ganz traurig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was geht hier drin ab? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Ich würde sagen, ich bin ganz traurig, dass die Zähne rausgeschnitten wurde. Weil ich würde es auch machen.